Willkommen beim DOC Festival. Willkommen beim DOC Festival. Bienvenue, bienvenue al DOC Festival. Bienvenidos al DOC Festival. Bienvenue al DOC Festival. In dem Film geht es um einen Fotografen, das ist ein Fotografenporträt, was besonders ist, weil dieser Fotograf Unfälle fotografiert, seitdem er schon ganz klein ist. Und es geht um seine Faszination von diesen Unfällen und diesen Szenerien, die er auch findet. Ob wann ist was wirklich ein künstlerisches Foto und bis wohin ist es eben sensationslos. Weil dieser Fotograf wird eben dann auch ausgestellt in größeren Galerien. Es geht immer so ein bisschen um die Frage, ist das jetzt Kunst oder ist es eigentlich Sensationspresse. Den Film sollten alle gesehen haben, die sich für Fotografie interessieren. Who ist das hier, wie diecit? Und dann können alle gesehen haben, die sich für Fotografie interessieren, die sich für Fotografie interessieren. Denn die Zeit für Fotografie interessieren, die sich für Fotografie interessieren, würde man ja auch nicht interessieren. Und dann ist das wirklich, weil die Zeit für Fotografie interessiert.